Einbiegen gegenüber Anderwald-Camping. Parcours und Bertha-Hüttenstraße. Wald beim Camping Ferien am Walde. Nach der Unterführung rechtsabbiegen in Parcours-Route. Auffahrt bis zum Parkplatz über Gute-Schotter-Straße. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und den Kieler Norden auf dem Kieler Norden. Sollte Kieler Norden. Mit der Unterführung des ZDF für funk, 2017 und den Kieler Norden. Sollte Kieler Norden. Sollte Kieler Norden. Sollte Kieler Norden. Sollte Kieler Norden. Vielen Dank. Ab dem Parkplatz wird die Straße sehr grobschottrig. Vielen Dank. Vom Fahrraddepot geht ein kurzer Abstecher zur Seufzerquelle. Vielen Dank. Wanderung über einen Pfad zur Bertha-Hütte. Vielen Dank. Blick zurück auf die Bertha-Hütte. Steig auf die Ferlacher Spitze. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ein schöner Baumbogen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Die Ferlacher Spitze 1742 Meter. Vielen Dank. Vielen Dank. Links zum markierten Ischnik Trail. Ich habe an diesem Tag leider kein Bild. einen Übergang gefunden. Vielen Dank. 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 Es gibt auch angedeutete Steilbahnkurven und Hochschaubahnbunkel. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.